Juliana Verfaller hat gestern das Dschungelcamp freiwillig verlassen. Am Tag 6 war für sie bereits Schluss. Das 21-jährige Transgender-Model zog die Reißleine und kehrte dem Dschungelcamp freiwillig den Rücken. Sie selbst zeugt, dass sie nach dem Dschungelcamp zuerst einmal gegessen hat, gegessen und gegessen. Weiterhin hat sie im Dschungelcamp am meisten ihre Familie vermisst, ihre Freunde und das ganze private Umfeld. Sie kann sich jedoch vorstellen, in frühestens drei Jahren eventuell noch einmal ins Dschungelcamp zurückzukehren. Abonniert uns, um nichts mehr zu verpassen. Bei uns gibt es immer die neuesten News und YouTube-Stars oder Promis. Bleibt auf dem Laufenden und abonniert unseren Kanal.